Die Schulen des Heeres sind neben den Zentren des Heeres die Ausbildungseinrichtungen des Heeres der Deutschen Bundeswehr. Geschichte Im Rahmen der Neuausrichtung der Bundeswehr wurden die Schulen des Heeres zum 1. Juli 2013 vom Heeresamt nun dem Ausbildungskommando her unterstellt. Leitung Die Schulen sind seit dem 1. Juli 2013 dem Ausbildungskommando her unterstellt. Die meisten der Heereschulen sind für die Weiterentwicklung einer besonderen Truppengattung zuständig. Der Kommandeur dieser Schulen ist dann meist zugleich auch General der Artillerie, General der Infanterie, General der Panzertruppen USW. Diese Dienststellung kann entgegen dem Namen jedoch auch von einem Oberst bekleidet werden. Meist jedoch ist dies ein Offizier im Dienstgrad Brigadegeneral. Organisation Im Einzelnen bestehen folgende Ausbildungseinrichtungen. Ausbildungszentrum Munster Munster Ausbildungsbereich Streitkräfte Gemeinsame taktische Feuerunterstützung Indirektes Feuer Ida Oberstein Feldwebel Unteroffizierern Werterbataillon 1 Sondershausen Ausbildungsstützpunkt Gebirgs- und Winterkampf Mittenwald Internationales Hubschrauber Ausbildungszentrum Bückeburg Ausbildungszentrum Infanterie Hamelburg Offizierern Werterbataillon Hamelburg Luftlande- und Lufttransportschule Altenstadt Offizierschule des Heeres Dresden Pionierschule und Fachschule des Heeres für Bautechnik Ingolstadt Feldwebel Unteroffizierern Werterbataillon 3 Altenstadt Technische Schule Landsysteme und Fachschule des Heeres für Technik Aachen Unteroffizierschule des Heeres Weiden Delitz Münster Die Offizieranwärter verrichten ihren Dienst in zwei Offizierern Werterbataillonen, die an die Infanterieschule Hammelburg und an das Ausbildungszentrum Munster angegliedert sind. Die Truppenteile an den Schulen der Bundeswehr haben andere Bezeichnungen als im Truppendienst. Schule, Lehrgruppe, Inspektion, Hörsaal, ehemalige Schulen des Heeres. Folgende Schulen sind aufgelöst, anderen Ausbildungseinrichtungen eingegliedert oder sind nicht mehr dem Heer unterstellt. ABC und Selbstschutzschule Sonthofen Artillerieschule Fachhochschule des Heeres I Fachhochschule des Heeres II Fachschule des Heeres für Erziehung und Wirtschaft Bis 2006 war die Fernmeldeschule und Fachschule des Heeres für Elektrotechnik die Ausbildungseinrichtung der Fernmelder. Nachfolger ist die Führungsunterstützungsschule der Bundeswehr und Fachschule der Bundeswehr für Informationstechnik, die der Streitkräftebasis untersteht. Heeresflugabwehrschule 2007 aufgelöst und ersetzt durch Ausbildungszentrum Heeresflugabwehrtruppe Internationale Fernspähschule Seit 2003 Ausbildungszentrum spezielle Operationen Nachschubschule des Heeres Die Nachschubschule des Heeres ist in der Logistikschule der Bundeswehr der Streitkräftebasis aufgegangen. Panzertruppenschule Jetzt Abteilung im Ausbildungszentrum Munster Schule für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr Jetzt Streitkräftebasis Raketenschule des Heeres Zunächst ab 1958 Teil der Artillerieschule mit Standort in Köln-Longerich Ab 1964 eigene Schule von 1964 bis 1974 E. Schweiler Ab 1973 74 bis 1981 als Raketenschule der Artillerie in Geilenkirchen Ab 1981 in Idar-Oberstein als Lehrgruppe B in die Artillerieschule eingegliedert Sanitätstruppenschule des Heeres Siehe auch Zentren des Heeres Lehrbataillon